ich hätte gern zu kurz klemken klemken ist doof solange der osmane dabei ist eher schlecht das spanien dabei das auch kacke was mit bosnien malachai und kiew ist da ach wegen einer provinz so ein großer krieg ist auch doof wir sind ja verbündelt siena aus jener ist in der dings mit was war das grad möglichkeit von schweden hatten die nicht schon mal ein krieg ok machen wir noch mal einen anspruch vielleicht einer geld ich brauch geld ich sehe gerade die karte ist ja aufgedeckt ok ok ich habe keine kunde alles weiter was hat den servo in für eine dings genommen ok dann wäre schon doch erstmal zypern erobern ja nie dort nun mal locker ja das klingt am plan Oh, Moment. Hamburg. Dänemark. Venedig. So, mal Venedig exkommunizieren. Nachdem ich endlich mal wieder das Papst-Dingens habe. So, ich werde ja Schiffe bauen. Ach nee, ich habe kein Geld. Okay, dann nicht. Ach schade, nur noch Spanien dabei. Aber gegen Spanien allein komme ich nicht an. Portugal, Venedig. Nee. Vergiss es. 73.000. Die haben ein bisschen mehr. Da brüch ich dich. Frankreich. Dann wäre das kein Problem. Was haben wir denn noch für Ziele? Brandenburg. Die haben ein, zwei Reiz-Junior-Fahrt mal. Nett. Könnte ich exkommunizieren. Dann sollte ich eine Chance haben in Brandenburg. Ja, ohne Probleme. Aber ich habe schon genug AE. Nee, ich mache es Zypern. Das ist besser. Erstmal Zypern. Zypern. Was haben die da für Truppen? 7.000, 6.000. Ach, kein Problem. Kein Problem. Dann schick mal den hier runter. Dann passt das. Komm. Kann ich noch jemand? Nein. Oh, was ist denn mit Brandenburg? Haben die jetzt eher die Beziehung wieder vergessen? Nee, eigentlich nicht. Ach so, jetzt muss man noch warten. Okay, vergiss es. Ich habe die Gute gesagt. Oh, ein bisschen wieder. Sehr geil. Doppelzelt besser. Kreuzzug gegen die Mameluken. Nee, Osmaner wäre besser. So. Da hätte ich so einen schönen Kriegsgrund, aber mit Überlegenheit, der muss drin gegen Osmaner, das ist nicht gut. Das kann nicht funktionieren. So, Zypern Krieg erklären. Da kommt der in meinem Lukke mit, das kann er gerne machen. Und der Johann Niederholz. Da habe ich nichts dagegen. Gleich mal zur Hauptstadt. Dann geht auch mal vom Bot. Geldreform. Oh, ich habe richtig viele, die Ends. So, dann wäre das mal nicht schlecht. Wie war man da? Ein Elfer. Oh Gott. Da dann wahrscheinlich auch, oder? Ja, na, geil. Hm. Komm mal hier rüber. Na, halt mal. Danke. Dann gehst du erst mal da hin. Oh. Bauern. Ja gut, Bauern können es egal sein. Oh, was fehlt schon ein Frickte. Okay. Auch gut. Ja, moi. Auch nicht schlecht. Ich rufe Frieden. So, mag mich Österreich wieder? Ja. Kann ich dann gleich wieder ein Bündnis machen. Sehr schön. Das gefällt mir. Frankreich ist gesunken. Dann verbessern wir einmal. Ziehen, verbessern können wir auch noch. Der Pass, okay. Okay. Wie viele Kanonen brauche ich hier? Vier. Eine habe ich schon. Nee, dann lassen wir das mit den Kanönchen. Gucken wir mal hier rüber. Warte. Nein, keine Kanonen. Ah, jetzt holen die wieder die Koalition. Shit. Shit. Und wo haben sie denn ihre Festungen? Da oben. Kommen wir da hin? Natürlich nicht. War ja klar. Eckerlösch. Bisschen Nare, Prestige. Nee. Nee. Kriegspunst kosten andere Religionen. Das ist gut. Die haben sich wieder angeschlossen. Toll. Sehr ungünstig. Okay. Was haben wir denn? Ja, okay. Da kommt man nicht drüber, ne? Nee. Das ist ungünstig. Können wir vielleicht so was verhandeln? Ja, das geht. Ich hätte lieber Kriegsrevaluation. Geht das? Natürlich nicht. Schade. Stellen wir uns doch mal da hin. Oh, ich kann keine Beziehung mehr verwässern. Das ist natürlich doof. Großbritannien. Wen hast du als Rivale? Die zwei. Hier beziehen und verbessern. Da, bei denen können wir auch mal. Und da auch. Kriegsgrund gegen Brandenburg. Das finde ich gut. Oh, geil. Könntische Führung. So, wie schatzen da aus? Ist das schon irgendwas fertig? Eher nicht so, ne? Dauert noch. Okay. Nee, verlieren wir lieber den Einfluss. Ja. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Und dann haben wir hier, dass es jetzt ein paar Karten, das ist eigentlich nicht so, was es nicht mehr. Was ist das? So, sieh, was ist das? Ja, ich glaube, dass wir den Einfluss. Warum? Was ist das? Und dann hier. Was ist das? Bleib stehen. Das hat nicht. So stelle ich mir das vor, wenn ich das nehme, hat das jemand was dagegen, wenn ich das so mache. Und Johann Niederorten als Vassal. Mal gucken. Genau, zieh mal schön den General aus. Sehr schön. Komplett gewiped. So gefällt mir das. Wunderbar. Zu fluchten der Schweiz, ja bitte. So. Dann schicken wir die doch mal. Keine Ahnung wohin. So, der wird ein Vassal. Das sind die üblichen, okay. Oh, wie sind die da rübergekommen? Äh? Okay. Ich komme da leider nicht hin. Psan, ich hätte gerne deine Karten, geht das? Nee, ne? Wenn ich jetzt das mache, dann kriegen wir bestimmt ein hohes Freiheitsbestreben. Das ist Mann und Marokko verbündet. Das ist natürlich praktisch. Ich hätte gerne, dass du mein Vassal wirst. Das erobern. Macht eigentlich keinen großen Unterschied, oder ob ich das nehme? Nee. Nee. Nicht wirklich. Danke. Äh. Das ist schlecht. So, jetzt haben wir das hier noch bekommen. Sehr schön. Man. Eine Option. Das ist nur noch von Untertitelung des ZDF für funk, 2017